Ja, hallo Leute und willkommen zum, ähm, ja, finalen Info-Video von Team Fortress 2 und mit dabei habe ich... Leute. Ja, komm Jungs, einfach mal ein paar Namen sagen. Okay. Äh, Andreas. Ja, also mit dabei haben wir den Andreas. Paul. Den Paul. Und, und wir haben, äh, Käpt'n Timo dabei. Nee, Peter. Ja, okay. Nee, äh, dabei sind, äh, Rapkin Games, ähm, Blue Zombie und, äh, ja, da Kringel. Ähm, ja, äh, das Video dient einfach nur dazu, um euch quasi ein paar Informationen zu dem Special morgen zu geben. Äh, also erstmal, äh, die Server-Informationen, auf welchem Server wir da spielen, findet ihr unten. Äh, ist ein Privatserver von uns, der aber direkt aufgelöst wird nach dem Special, weil wir daraus dann, ja, weil wir dann eigentlich kein Team Fortress 2-Server haben. Mehr brauchen. Also braucht ihr auch nicht als Fabo hinzufügen oder so, gibt's nach dem Special nicht mehr. Ähm, ja, wir haben auf dem Server, äh, Bots. Und ich wurde gerade umgebracht. Ähm, wir haben auf dem Server Bots, das bedeutet also, dass wir, äh, selbst wenn wir eine ungerade Anzahl sind, quasi dann auch noch Bots haben. Ähm, ja, die Map, die wir spielen werden, ist genau die, die wir jetzt auch spielen. Deswegen zeig ich euch das jetzt auch ingame mal. So ein bisschen. Leider sind alle drei, äh, meiner Kumpels im anderen Team. Wir werden dich umbringen. Ja, aber es war einfach zu unfair, wenn ich mit denen spiele, das geht ja gar nicht. Ich bin einfach zu pro, das habt ihr ja schon in einem anderen Video gesehen. Oh, ich dominiere. Ich habe doch keinen gesehen. Wie bitte? Alter, schön. Tino, wie bitte? Komm her, ich will dich auch dominieren. Nein, Mann. Ich freue mich, dass alle Kusch dominieren. Ja. Oh, Zweiter dominiert. Kommt her, kommt her. Ähm, ja, generell, äh, morgen, also am Sonntag, den 24. wäre das dann um 15 Uhr, äh, 17 Uhr. Um 15 Uhr, äh, haben wir uns das Ganze überlegt. Ähm, bis dahin, macht mir das ja meiner. Äh, bis dahin müsste das eigentlich alles klappen. Ähm, ja, wie lang das geht, äh, keine Ahnung, wir spielen einfach so lang, wie es Spaß und Spaß macht und so weiter. Und, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, ob ihr jeden, der mitmacht. Äh, viel mehr gibt es denn, ist Special Morgen auch eigentlich nicht zu sagen. Also, ich werde das dann aufnehmen und, äh, ja, jetzt könnt ihr noch ein bisschen so das Spiel genießen. Ansonsten, ja, viel Infomaterial kann ich jetzt auch nicht mehr raushauen. Oder irgendwelche Ankündigung habe ich eigentlich auch nicht. Von daher, äh, wenn ihr nur geguckt habt, wann das Morgen ist, dann könnt ihr jetzt abschalten. Und wenn ihr mich noch weiter ablosen sehen wollt, dann könnt ihr noch weiter zuschauen. Kuschel, ich hab dich umgebracht. Okay. Hast du ihn mal dreht? Nein, hat er nicht. Rache, für Asura, ich werde dich töten beim Namen des Nereva. Okay, das klang gerade irgendwie scheiße. Ja, vor allem mit deiner wertschätzigen Spielesituation. Ja, Mann. Ah, für Asura habe ich gerade die Sentry Gun gekillt, Tino. Bam, Tino. What the fuck, geht hier unten eine Apollo-Party oder was? Ja, du hast meine Sentry gekillt. Ja, komm, aber dann geht's. Geh ich da runter, es sind ja zwei Pyros von euch. Das ist doch unfit. Das ist mit der Sentry Gun los, die hat ein Schild und einen Zielsucher. Ja, das ist der Sentry Gun. Ey, Jungs, 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 Jungs. Hey, ihr seid elf. Einer, einer kommt jetzt zu mir und unterstützt mich. Einer von euch. Nö. Mann, no. Also, Tino und ich können nicht, weil wir, äh, gerade ein Double-NG machen. Das ist legendär, das heißt, wir müssen im selben Team bleiben. Ja, dann kommt Robin jetzt. Komm, Robin, Dream Team. Nein. Robin. Robin, du kannst uns dann für, zu mal krelen, ne? Ich will euch aber nicht mal krelen, sondern ich will den Soldier üben, weil den hab ich gerade so für mich entdeckt. Ja, dann üb ihn mit mir, mit deinem fähigen Heavy. Mit dem üben, mit dem fähigsten Heavy, den es gibt. Du hast was unvergessen, Pauli. Ich hab ein Sadwish bekommen. Ich hab ein Sadwish bekommen. Oh, scheiße. Ach ja, also ihr merkt übrigens schon, falls ihr noch zuschaut, ähm, ihr könnt eigentlich morgen nur besser sein als ich. Also, von daher... Oh, fick dich, fick dich, fick dich, Timo, man. Also, ähm, ich hab schon ein übel gutes Skill-Level. Robin hat übrigens ein ähnliches Skill-Level wie ich. Ja. Ist aber garantiert besser als ich. Warst du das da gerade, Robin, in dem Fenster? Nein. Der hat mein... Na, ist ja langweilig, dann brauche ich ihn ja nicht mehr weiter fokussen. Nein. Ich hab schon wieder den Swifty erwischt. Sag mal dem Swifty, dass er Noob ist. Er hat sich von, von Kush prügeln lassen. Nicht prügeln. Aua. Ja, abschießen, das ist noch schlimmer bei deinem Aim. Ach, Mann. Kühlschrank. Hey, komm, du hast aber auch Support von dem scheiß Heavy hinter dir. Nein. Nein, der hat nicht auf mich geballert. Nein. Nein. Hat er nicht, ne? Nee, okay. Hat er auch nicht. Hat er auch nicht. Gut, dass du das einsiehst. Oh, Mann, mein Noob-Team soll mal stürmen jetzt. Muss aber zugeben, dass dieser Teleport-Ausgang ziemlich beschissen gesetzt ist. Wo ist denn euer Teleport-Ausgang? Nein, der ist nicht von dir. Okay, gut. Ich hab mir drei Kills gekönnt. Gib ihm Kills. Gib ihm Kills. Gib ihm Kills. Oh, oh. Mein Dispenser wird gesetzt. Dener! Ja, ich rette ihn gerade, du. Lass dich nicht so viel Zeit. Nee, ja, ich muss ja auch nicht meine Sentry, meinen Dispenser, alles, alles hier entzappen. Sag mal, was fällt dem Typ denn ein? Steht als Sniper neben dem Teleport-Ausgang, schießt den Solo drauf, ich komm hin, klopp ihn erst mal mit der Robo-Faust. Hä? Mit welchem Typen? Äh, von euch ein Sniper läuft hier so. Ah, Jungs, ich kann bei euch ins Team, ich bin bei euch. Ja! Yay, ihr habt wieder einen Flick in den Punkten überholt. Wer ist die große Saloppe und der Tapetanzoido? Der Tapetanzoido, oh, Robin, ich bin hinter dir. Das bin alles ich. Prost, du bist noch. Ah, ja, ich bin ja eben durch den blöden Auto-Ausgleich hier rüber geflogen, jetzt bin ich endlich wieder im richtigen Team, Jungs. Aber gleich fliegt eh wieder einer wegen dem Auto-Ausgleich dann raus. Definitiv, nein. Wie, was? Kusch ist im richtigen Team? Scheiße, ist doch langweilig. Ja, report direkt mal bei Riot Games. Kann man direkt mal Riot anrufen, ja, das geht überhaupt nicht. Ah, Robin, schön, Kombo, Kombo. Hä? Du scheißverkackter Drecks, Pyro, geht rach auf. Und du gehst auch noch drauf da drüben. Och, no! Ich hab den Unchill umgebracht, diesen blöden Wichser. Oh, danke, Tino, danke für deine Dinger. Immer gerne. Ich hab boff umgebracht. Ich hab grad einen Double-Kill gemacht. Ich hab jetzt einen Demoman hier, was reinballert, ja? Ah, für Nerewa! Okay, ich bin gerade für Nere da verreckt. Genau. Ja, ihr seht übrigens von meinem super tollen Namen da oben. Induril Nerewa-Koordinator, mhm. Wir reden ja auch alle nicht mal übel durcheinander. Nein. Tu wir auch nicht. Ist doch egal. Hey, jetzt haben wir auch noch Leute über den Team-Chat bei Team Fokus. Ja, Chewbacca war das. Definitiv, nein. 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 Das kann ja nichts Schlimmen enden. Äh, Daniel, was ist mit deinem Dispencer? Ähm, ich hab grad mal gewechselt. Ich hole die da mal kurz oben mit dem Scout weg. Ah, ich hab die Sentry-Gun von Bob123 gekriegt. Mit dem Bob. Kartoffeln? C. Okay, welche Taste war der Sprach-Chat? V V C, Fliegen Was? C? Je m'appelle Baguette V, V denke ich Alter, sag mir nicht, dass das Franzosen sind Ich versuch's gerade aus Ich glaube ehrlich, das sind Franzosen Was schlaberst du? Verruckte Mungo Da? Kannst du das da mal bitte in den Sprach-Chat reinhauen? C, bewege dich mal ein bisschen nach rechts, da soll meine Centrin Ja, tut mir leid, ich musste da gerade oben so ein Soldier-Fokus Ach, weißt du was? Ich geh da jetzt, kam die Karte so rein Jetzt stellst du dich an genau dieselbe Stelle, komm, verarsch mich nicht Verzieh dich da, Robin Robin, komm, wir killen was Danke Gehen sie los? An enemy has been scored a double kill, Robin Nein, nicht has been, sondern Nein, das ist doch Minecraft, das ist der Creeper Außerdem heißt es, an enemy has been swained An enemy has been swained Ja, ganz toll Ja, Mann Nee, jetzt fährt man wieder Leuker Wachtung, wenn ihr mich seht, schießt mich ab, das ist ein Spy Okay Sehr gerne, Daniel, sehr gerne Ja, Daniel, ich wollte schon immer mal was auf die Fresse geben Also, ich bin tot Ist nicht wahr Ja, ehrlich, was gegen meinen Alter, die haben ehrlich was gegen meinen Ja, sie haben zu viel in dem Moment Gegen Watt Das musst du gerade mal sagen Tino, gegen Watt haben die Watt Gegen meine Sentry Ich bin im anderen Team, ach guck Ich hab mich selber ungebracht Haha, alle gegen Daniel Ich bin tot Ah, fick dich, du blöder Aber ich hab ihn noch erledigt For sure Okay, das war jetzt scheiße Jungs, Jungs, wir sind hinter, die dürfen den nicht Ich kann die Zack in der Halle Oh, come on Oh ja Ich versuch mal zu snipern, na, das wird witzig Was, Tino, du spielst keine Ingenieur? Ja Digga, der Typ ist ein Bastard, ey Wer Ach, so hier behinderter Sniper, der auf dem Dach steht, dieser kleine Torns of Damage Genau, Torns of Damage Ja, jetzt ey Da oben auf dem Dach steht richtig viel rum, aber unten in dem Haus passiert nix You have to destroy this, you have to pay for it Alter, wie viele stehen denn da? Ich hab das Geschütz kaputt gemacht Ist egal, aber ich, ich hab ein, oh, neuer Gegenstand Nix over time Findet ihr auch, dass die Frauen schön mal so klingt, als hättet ihr ein Orgasmus? Minimal Nein, der hat sich verreht Tino, Team Bester, was geht? Sauber, Tino Oh, danke Ich bin ja auch gar nicht mal so schlecht, nice Verdammt, Cyclone hat mich überholt Ihr findet mich nie Findet mich nie Doch, Schwende Geronimo Ja gut, ähm, das war's dann jetzt von dem kleinen Video Äh, hoffe, es hat euch gefallen Hoffe, das wird morgen ganz lustig Ich hoffe, viele von euch machen mit Und, äh, ja, wir sehen uns dann morgen Tschüss Tschüss